Hier haben wir dann den Konferenzraum, gibt es dann Vorträge, die Woche waren viele Rollstuhlfahrer da, es ist Rollstuhl geeignet, das Hotel, und hier kann man dann bestimmt auch einen Galaabend oder irgendwelche Vorträge, wenn einer Konferenz machen möchte, kann man das dann sehr schön hier machen. Oben ganz toll abgehängt, die Decke, super schön.